Hallo und herzlich willkommen auf dem Hochzeitskanal, heute mal so richtig aufgebrechtelt mit knallrotem Lippenstift und eigentlich ist das nur der Hinweis darauf, dass wenn man auf Instagram die wahnsinnig tollen und super talentierten Hochzeitsfotografen anschaut und womöglich noch glaubt, dort einen so zu finden, dann einfach nur ein einziger Tipp an Sie. Zählen Sie ab, wie viele Fotos richtige Reportagenfotos sind, spontane Aufnahmen, das Einfangen von glücklichen, unbezahlbaren Momenten. Wann ist das so? Auf wie vielen Fotos ist das so? Und auf wie vielen Fotos ist es einfach nur gestellt, gepostet, gefaked? Sind das überhaupt richtige Reportagen? Oder sind das einfach Models? Ist es überhaupt ausgeschrieben, aufgenotiert, dass es ein Style-Shooting war? Die einen schreiben dann wenigstens noch den Namen der Models hin oder wer das ganze Shooting organisiert hat. Lassen Sie sich bitte, so wie durch meinen roten Lippenstift, nicht blenden. Prüfen Sie gut, wer Ihre unvergesslichen, zauberhaften Momente einfällt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viele tolle Hochzeitsfotos. Ciao! Now! Untertitelung des ZDF, 2020